In diesem Video zeige ich dir, wie du im Remake zu Resident Evil 4 die Trophäe Blenden gelöst ganz leicht freischalten kannst. Dafür brauchst du nämlich einfach nur eine Blendgranate und eine ganze Menge an Gegnern, so wie hier jetzt gezeigt, und dann kannst du die Trophäe auch ganz easy bekommen. Wir sind jetzt hier im Kapitel Nummer 3 und kommen an der Kirche an und hier zeige ich dir jetzt erstmal, wo du eine Blendgranate auch finden kannst, falls du keine mehr haben solltest. Und zwar neben der Kirche gibt es so einen kleinen Weg nach hier hinten und dort musst du dann einfach nur diese Leiter nach oben klettern und ganz da oben angekommen, da befindet sich dann auch eine Blendgranate und das ist so mit der letzte Punkt, bevor man tatsächlich an den Spot kommt, an dem ich dir jetzt gleich zeige, wo du ganz easy einen Haufen Gegnerhimmig platt machen kannst. Das ist nämlich hier am Steinbruch möglich, dort findest du eine ganze Schar an Krähen und hier solltest du dann einfach nur die Blendgranate ausrüsten, wirfst die in die Menge und anschließend sollte bei dir auch ganz easy die Trophy blendend gelöst freigeschaltet sein. Ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen. Wenn du weitere nützliche Guides rund ums Resident Evil 4 Remake suchst, dann folg doch einfach hier dem Link. Also, ab vielen Dank, hau rein und mach's gut! Nun, du bist gerade auf den Weg zum Punkt! Also, du hast ja auch nicht geholfen, dass du das von euch nehmst. Ciao!